Hallihallo, wie schön, dass du da bist. So, wir sind hier wieder bei The Inner World und ich weiß nicht, wie wir weiterkommen. Und das geht mir so auf den Keks. Ach man, ich hab ja nicht mal einen Keks. Ich möchte irgendwas da backen, weil warum haben wir sonst Kochhefer und warum haben wir denn sonst alles? Was hat's denn damit auf sich jetzt? Den kann ich nicht mitnehmen. Der ist völlig verrostet. Ja, das ist ja auch schön. Kann ich das? Nein, ich kann nicht. Ich will das abreiben. Okay, gut. Aber es hat nicht ganz geklappt. Bringt nichts. Wie krieg ich da bitte? Womit krieg ich Rost ab? Reibe ja, aber irgendwas fehlt da. Und warum hab ich hier ne Bastelei? Und hier hab ich Ohrpilze. Okay, ähm... Ach, guck mal hier. Ach, jetzt kann ich so... Ach, ich bin doch doch doof. Okay, gut. Gut, aber dann weiß ich, wie das geht. Gut, ich kann hier nichts machen, ne? Eieieiei, ja, 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 ja. Ach, ich möchte so gerne das Nudelholz nehmen und ihm so eins damit überbraten, ehrlich, den Schlüssel nehmen und ab durch die... Aber Robert ist ein Lappen. Robert ist echt ein Lappen. Die wollen die Welt retten, ey. Mal ganz ehrlich. Gibt schon so viele versteinerte Aspose ein. Da kann er doch einen bewusstlos schlagen. Ich weiß, es ist gemein, aber es interessiert mich gerade nicht. Ja, Mauerstein. Kann ich nicht mit dem Nudelholz irgendwo drauf prügeln oder so? Ich weiß es nicht. Von hier aus kann ich nichts ausrichten. Ja, das dachte ich mir, dass das nicht geht. Gut, dann weiß ich nicht. Was mache ich denn? Die Reibe? Was kann ich denn? Ich weiß es nicht. Und warum habe ich hier einen goldenen Teppich? Warte mal, kann ich den Teppich vielleicht über die Stufen hängen? Naja, dann könnte ich... Obwohl... Laura, nimm den Teppich. Willst du mich verarschen? Willst du mich ver... Und jetzt? Warte mal, wenn ich jetzt die... Nein, Ruhe. Robert, halt den Mund. Geh da mal hin. Guck mal, die sind jetzt golden, oder? Wir haben seine Farbe geändert. Jetzt ist das Phosphos umhüllt von Goldstaub. Oh. Und wie kriege ich jetzt Goldstaub? Toll. Jetzt hängt da ein Teppich. Und jetzt? Kann ich ihr... Kann ich ihr die Nadeln geben? Das könnte Spaß machen. Was soll ich denn da jetzt mitmachen? Bringt aber nichts. Und jetzt haben die ja ihre Farben gewechselt, aber das bringt mir ja nichts. Na, hast du... Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja. Hier, schenke ich dir. Oh, Schätzchen, wie süß von dir. Er wurde ja freigeschaltet. Aber ernsthaft, willst du mich umringen? Weißt du nicht, dass ich allergisch auf Blumen bin? Äh, worauf bist du denn nicht allergisch? Auf dich. Le-le-Laura? Kann ich dir den hier geben? Das war doch jetzt geraten, oder? Das mit den Blumen ist ja süß, ne? Und wenn ich Laura die Blumen gebe? Das mach ich nicht. Das mach ich nicht. Hallo? Du bist voll verknallt. Hier, nimm die Pilze. Brauchst du das noch? Dann würde ich das lassen. Ich bin eine olle Zippe. Ich schlag dir jetzt eins drüber hin. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Robert, du bist auch eine Pussy. Nee. Danke fürs Bauchkratzen, Baby. Was? Ich schätze, diese Reibe wird nie wieder etwas reiben. Äh. Kann ich? Kann ich das Schild? Bitte? Bitte? Kann ich? Bitte, bitte! Hallo. Mach schneller. Schild? Lass mich dein Schild reiben. Also nein! Nein! Geht das jetzt? Halt die Gorsche! Nee! Oh, deine Hand! Ja. Eindrucksvoll! Toll, jetzt ist es sauber. Und nun? Kann ich das mitnehmen? Der ist so gut poliert, dass ich mich selbst darin sehen kann. Dank Conroy habe ich ziemlich viel Übung im Polieren. Das wird der neue Spiegel für, für Pete. Okay. Okay. Warte. Ich hole ihn schnell rüber. Hier, Kollege. Kollege Stinkfuß. Wir wollen einmal mit dir in den Innenhof. Können Sie uns haben? Was? Schnauze, schnauze, schnauze. Bitte folgen Sie mir! Ja, ja, ja. Warte. Ja, 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 ja. Okay. So. Was machst du denn hier? Und wer passt jetzt auf den, äh, im Fall? Oh, bist du doof, ey. Pete kann man nicht mitnehmen. Er existiert nur in Steves Kopf. Schhh. Nicht so laut. Das Tor ist aber schön verziert. Waren die Leute, die hier gewohnt haben, alle reich? Oh ja. Reich an Weisheit. Die klügsten und ehrbarsten unter uns gingen hier jeden Tag ein und aus. Nun ja. Alle bis auf einer. Ich hätte ihn niemals einlassen sollen. Der alte Pete kann sich das bis heute nicht verzeihen. Wen? Wen? Ist das Tor der einzige Zugang zur Windkapelle? Ja, es ist der einzige Eingang. Aber nicht der einzige Ausgang. Hä? Ein Eingang ist doch ein Ausgang auch, oder nicht? Was war denn das früher für ein Innenhof? Wie bereits erwähnt, die... Hier haben die Leute auf ihre Audienz gewartet und Partys gefeiert. Der alte Pete hat dafür gesorgt, dass sie immer einen guten Tropfen zum Warmhalten hatten, wenn du verstehst, was ich meine. Audienz? Na, bei Okario Bohl, dem Zweiten. Okario... Erinnerst du dich an den Angriff? Warst du dabei, als es passiert ist? Das ist alles meine Schuld. Ich hätte ihn niemals einlassen sollen. Wen denn? Fällt dir jetzt der Rest von dem Lied ein? Oh, warte. Ich glaube, ich hab's. Warte mal. Hm, 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 hm. Wenn mir doch nur das Ende einfallen würde. Hm. Ist doch besser so. Das Lied darf nicht gesungen werden. Halt die Knie. Ach, sei Dank. Ich... Und der Rest? Keine Ahnung. Hier ist die Akustik auch nicht so toll. Lass uns in die Windkapelle gehen. Dann fällt mir auch bestimmt der Rest wieder ein. Kannst du dieses Lied nochmal singen? Ach, ich weiß nicht. Steve macht sich wieder ins Hemd. Oh, bitte. Ja, wir wollen das Lied hören. Na gut. Hm, 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 hm. Wenn mir doch nur das Ende einfallen würde. Wenn du doch endlich still wärst. Okay. Steintal... Oh, haben wir hier Mehl? Ja! Okay. Ach, Rostflocken. Sind das etwa unsere Schokosplitter? Hier, Fräulein, hier, äh, ablenken. Komm, zack, flott. Kannst du ihn nochmal ablenken? Ja, kannst du. Naja, mit den Ausstöpseln müsstest du es gehen. Bla, 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 bla. Alles klar, du darfst mich vollquatschen. Hotcakes, bla, 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 bla. Ja. Ja, bla, 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 bla. Ach, gut. Okay, ähm... Ich freu mich grad ganz doll. Wen hat er denn da durchgelassen? Da ist Nektarinsaft drin. Da ist Nektarinsaft drin. Es fehlen noch Mehl, Kristallzucker und Schokosplitter. Okay, wir haben Mehl und Schokosplitter. Und jetzt? Da sind Rostflocken, Steinstaub und Nektarinsaft drin. Wenn man die Augen zukneift, sieht es aus wie Schokosplitter, Mehl und Nektarinsaft. Es fehlt noch Kristallzucker. Kristallzucker? Wo krieg ich denn Kristallzucker her? Das ist jetzt die Frage. Geh mal da raus, bitte. Ja. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt den hier mache, ne? Oh, guck mal, der freut sich. Guck mal hier. Guck mal hier. Ah, das hilft mir nicht, ne? Okay, ähm... Gut, wir haben Stecknad... Stecknadeln. Das mach ich nicht. Ja, ich möchte ihm ja auch nicht wehtun, aber kann ich nicht... Kann ich hier gegenschlagen oder sowas? Ich weiß das nicht. Halt die Klappe! Ja! Aber wo krieg ich jetzt Zucker her? Aber warum? Das ist doch frech, ey. Und ich hab noch vorhin gesagt, ich hau dem drüben eins drauf, da. Hier, Steve. Kann ich da rauf? Ja. Und jetzt? Mauerrand, Mauerstein. Der Mauerstein sieht locker aus. Kann ich den von der anderen Seite... Warte mal. Kann ich... Warte mal. Wenn ich da drauf schlagen kann, kann ich das zurückschlagen? Ja. Noch halten. Halt... Hallo? Geh mal runter. Und wenn ich jetzt den zurückschlage, ne? Kann ich von da drüben hoch gehen? Also die haben sich echt lustige Sachen ausgedacht, so an Rätseln. Das find ich klasse. Find ich echt gut. Also es ist richtig gut gemacht. Und jetzt? Hm. Ob ich da wohl irgendwie hochkomme? Du bist doch schon oben. Oh nein. Du bist doch schon oben. Kann ich... So? Andersrum? Stimmt, von der anderen Seite stand Mauerrand, ne? Warte mal. Komm auch du, schlag zu. Runter mit dir, du Knödel. Einmal drauf. Tsch. Okay, wenn wir jetzt reingehen, was bringt mir das? Kriege ich Kristallzucker? Ich will mit Kristallzucker. Kann ich da instant hoch? Und nicht immer alles... Ja, super. Dann muss ich mir ja alles anklicken, ja. Und jetzt kann ich da hoch? Ja. 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 So, Mauerrand. Einmal gucken. Ich kann von hier aus in den Empfang reinschauen. Steve fragt sich bestimmt, was ich hier mache. Wenn du von hier aus in den Empfang reinschauen kannst, wie soll er dich denn sehen, wenn er im Innenhof steht, du Trottel? Ja. Was? Halt! Nein! Warte mal, wenn ich jetzt die Phosphosse da, das Phosphosse mit diesen Dingern da, mit diesen Motten wegscheuche, kann ich dann da was ausrichten, bitte? Hallo? Kann ich da... Hm. Eck. Huisch! Mauerstein, ja. Sonst noch was? Warte mal, kann ich ihm vielleicht... Das mach ich nicht. Das mach ich nicht, weil ich ein kompliziertes Kind bin. Das war blöd. Lass das. Weil die hauen doch jetzt eh wieder ab. Warte mal, wenn ich jetzt nochmal da hochgehe... Hier ist ein Haar die ganze Zeit. Das fällt immer in mein Gesicht. Ich hasse sowas. Fisch ganz doll doof. Fisch doof. Eieiei. Hopp. Hopp. Pff. Uh. Da ist mir doch glatt. Ein Pups entwichen. Kleiner Robert. Wenn ich jetzt hier spiele... Wenn ich jetzt hier spiele... ... ... ... Es bringt mich nicht weiter. Es bringt mich nicht weiter. Von hier aus kann ich nichts ausrichten. Damit kann man nichts machen. Kann ich hier irgendwas runterschmeißen? Ja! Oh, wie ich mich wieder freue. Wie so doof, ey. Hm, das scheint sie noch nicht zu überzeugen. Ah. Das könnte Spaß machen. Oh, ich muss mich konzentrieren. Das könnte Spaß machen. Was ist das alles? Das ist ein Springseil? Eine Quaste? Nadel? Ach, guck mal. Jetzt sieht das aus wie so eine... Ah. Oh. Oh. Die Ausweise haben sich golden gefärbt. Ja, ja. Ja. Jetzt hätten wir ja goldene Ausweise, aber ich will trotzdem was backen. Ich will noch nicht zu Stinkvogel gehen. Geh da runter. Haben wir noch irgendwas? Ah. Aber uns... Aber uns... Ja, wir haben aber keine... Grube, kannst du es trotzdem schon drehen? Ne, ne? Ich kann doch nicht backen. Okay, ähm... Jetzt ist ja aber natürlich die Frage, wie kriegen wir was... Ich geh da nochmal schauen. Kristallzucker. Ich will ja trotzdem was backen, weil sonst... Es ist ja nicht umsonst da, oder? Ich will jetzt noch nicht mit den goldenen Ausweisen rüber gehen. Du, tralala. Sekretieren. Ich bin eben Sekret... Sekret ist ja eine Sekretärin. So, aber jetzt haben wir hier den Arst. Was muss ich mit Farbworten? Ich wüsste nicht, was wir hier... Und... Dieses Symbol sieht aus wie ein... Ja, das weiß ich ja. Du freches Ding. Okay, ich kann hier nichts machen. Ich will... Kristallzucker. Aber ganz ehrlich, es ist schon super eklig, oder? Will er... Steve? Ne, den nehme ich jetzt nicht. Aber irgendwann, Kristallzucker. Irgendein Kurbel geht nicht. Poster. Was? Achso, an die Mauer ran. Ich dachte gerade... Gut, wir gehen einmal in den Innenhof. Mal die Klappe. Natürlich. Ähm... Warte mal. Hallo. Hallo. Du warst mir immer ein guter Freund. Okay, was haben wir jetzt? Oh, der Rest ist weg. Nein. Wir gucken, ob wir in der nächsten Folge die goldenen Ausweise, ähm... benutzen können, um durchzukommen. Und, äh, ja. Cliffhanger. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Und, äh...